Unrecht, jetzt wird gekocht, Nudeln sind schon fertig, die brauche ich bloß noch heiß machen, und Steaks sind schon mariniert, die brauche ich bloß noch braten, dann wird mir das schmecken. Lecker essen. Kochen für die fahle Hausfrau. Kochen für die fahle Hausfrau, na toll. Kochen wie die fahle Hausfrau? Hier die Nudeln, sind übrig, müssen wir nicht wegschmeißen. Ich möchte jetzt das Ding mit warm machen hier. Ja, bitte. Das eine nur, oder eins, wo mehrere drin sind? Nein, eins. Gut. Und, hast es gelungen, dein Futter? Na klar, siehst du doch. Steak mit Nudeln, du dein Spartanisches. Vegetarisches. Vegetarisches, Spartanisches. Guten Appetit. Guten Appetit. Und dann, gibt es wieder nichts, ne? Man ist schon fast kalt. Man ist ja auch nicht wie wärmer. Es ist fast kalt. Die zwei sitzen da unten, wie hier die zwei alten von der Mappet Show. Ja. Da unten sind nämlich zwei Camper, beziehungsweise nicht Camper, sondern ein Zelt. Wir haben ja ein Zelt rechts vorm Auto und die zwei Stühle links vorm Auto. Und sitzen da jetzt wie die zwei alten von der Mappet Show und passen auf, was wir hier so treibt. Wie wir schmatzen. Wir schmatzen nicht. Holger? Nein, danke. Mir reicht das Stück, was du auf meinen Teller geschmissen hast. Entschuldigung. Kannst du auch so eins kriegen. Nein, danke. Alibi-Salat. Gute Idee, Alibi-Salat. Schalt, ich ess Salat. Immerhin regnet es nicht mehr. Aber es windet. Apropos Wind. Kannst du mir mal sagen, wo du von den Drachen die Halterungen hast? Das habt ihr nämlich nicht gefunden. Alles im Sack. Wo ist der Sack? Im drinnen. Oder im Bad. Der Schinken drin ist da. Ich wette, der ist zu Hause. Wenn ich ihn nicht noch extra gefragt hätte. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. Seltsame Geräusche vom Nachbarkamper. Also irgendwie komische Marinade. Deswegen haben sie zugehängt. Es wackelt auch. Aber da war ich alleine. Der Mensch sah aus wie Jesus. Passte irgendwas nicht zusammen. War er nicht alleine? Es ist nämlich alles zugehängt. Ich zeig's euch mal. Und oben sitzt Jesus und macht Sachen, die wir nicht wissen wollen. Es quietscht und schaukelt. Es ist wie ein Schrebergarten hier. Es ist wie ein Schrebergarten hier. Wo einer beim anderen überall auf den Teller gucken kann. Deswegen stehen wir eigentlich nie auf dem Campingplatz. Und haben uns hier dieses ... Idyllische Fleckchen Erde rausgesucht. Ja. Im früges Jahr, die Jahre vorher, waren wir nämlich noch ganz alleine. Das ist auch ein paar wenige Ausnahmen. Aber die waren bloß ganz kurz da. Und jetzt kommen wir heute her. Peng. Da. Ein Wohnwagen. Peng. Da drüben ein Zelt. Peng. Auf der anderen Seite Jesus mit seiner Wackelkutsche. Sein Pumskontainer. Jesus mit seinem Bumskontainer. Also gut gekocht. Freut mich, wenn's dir geschmeckt hat. Wenn's warm gewesen wäre, wäre's noch gut gewesen. Ich hab gesagt, fang an, bevor's kalt wird. Aber du hörst ja nicht auf mich. Ja. Dann hat ja jeder von sich gegessen. Meins ist auch nicht viel wärmer. Was ist denn ein Hundehaar? Haben wir irgendwo kein Hundehaar? Wahrscheinlich der Hund hat kein Hundehaar. Ich hab dir was verraten. Auf der anderen Seite. Kaum. Das ist ja was zu tun. Okay. Wie geht's? Na ja. Wie geht's? Wie geht's noch mal? Die Möchte auf die Nähe Wenn sie auf die Ferne oder etwas Schrauben oder etwas Schrauben oder etwas Schrauben oder etwas Schrauben 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 Was muss noch mehr? Da muss mehr Luft rein. Geh mal weg mit dem Ding. Bitte mach, so wie es geht. Die Steckung. Du hältst da nicht mal auf. Du musst es in das Ding, du musst es aufhalten. Du kriegst viel weniger rein als ich. Jetzt hast du das Problem. Wenn der Wind nicht anspringt, kippst du um. Das ist gut. Fangen wir mal für die Sonnenscheine. Die Wind nicht anspringt, kippst du nach dem Weg. Du musst es aufhalten. Das ist gut. Du musst es auch aufhalten. Dann ist es gut. Du kannst es aufhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.